Wenn du auch löffelst und dein Impact so aussieht, dann könnte die kommende Übung jetzt genau das Richtige sein. Das Problem nämlich bei ganz vielen Löfflern ist, dass die Schlagfläche viel zu offen ist und als Ausgleichsbewegung man jetzt versucht, dass der Schlägerkopf die Hände überholt. Um das Ganze zu umgehen, greifen wir den Schläger und schließen die Schlagfläche und greifen dann erst zu. Jetzt versuchen wir mit dieser geschlossenen Schlagfläche den Ball trotzdem noch geradeaus zu schlagen. Das Ganze geht nämlich nur dann, wenn wir meine Hände extrem vor dem Ball bekommen. Wenn nämlich meine Hände jetzt so weit vor dem Ball sind, dann kann ich den Ball immer noch geradeaus hauen. Also meine Schlagfläche steht deutlich geschlossen da. Ich hole aus und versuche den Ball nach vorne zu pressen. Das Ganze sieht dann immer ein bisschen extrem aus, aber das ist ein extrem einfacher und effizienter Weg, um das Gefühl fürs Späte schlagen zu lernen.